Warte. Was ist jetzt? Du musst noch mal kurz herfahren. Hallo, du darfst nicht auch noch nicht wegfahren. So, Amébi Plate. Oh, was ist jetzt? GPS-Signal. Jetzt! Jetzt kannst du starten, mein Freund. So, fahr mal ran. Wollen wir mal gucken, ja? Stopp! Warte mal, man sieht sich aus, sonst nicht. 63? Ja, 63. Also 63, Amébi Booster, äh, nee, Plate. Auf 2S. Auf 2S, genau. Booster, Junge! Booster! So, jetzt machen wir mal 3er rein hier, dass man noch ein bisschen Spannung kommt. Aber hier, geh, kannst du bitte nicht so schaukelig fahren? Nein, alles gut. Nein, deine Spur ist sehr weit offen auf der rechten Seite. Ja, das ist auch noch. Und dann kommt noch hier mit hinten dazu. Alles gut. Unter den idealen Bedingungen wieder. Ja. Ja, ja, normal. Das ist ja, wenn alles läuft hier wie bei seinem. Da ist ja ein Fremdgeber da. Ja, ja, jeder. Hallo. Ich frage mich, ich kann hier unter 7.000 Euro. Für uns beide Mal, Junge, was wir hier reißen. Mit unserer Technik. Ganz normal. 2-Nullen abziehen davon. Und vorne die 2-Dotter hinter setzen? Nee. Da wird doch mal fern. Ja klar, da passt es. Das ist gut, ja. Den krieg ich in den DT 03 nicht rein. Weil er zu fett ist. Ja, da muss ich dann vorne, guck da ein Stück raus und dann muss ich die Karo mitmachen. Sicher, dass er aber jetzt ist. Sicher? Ja, mach nur, komm. Hauptsache er fliegt nicht raus. Wenn es ein bisschen schräg ist, ist das nicht schlimm. Da ist nichts schräg. Das ist alles hier abgetübelt, Mann. Einmal frei. Das ist alles hier. Und so, weißt du? Mhm. Das ist alles wie mal da abgerührt. Ah, 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 ah. Ach, cool. Wieso machst du überhaupt doppelte Dinger drin? Den einen hab ich noch als Reserve mitgenommen. Ach so. Hast du schon an? So, ich drück jetzt auf Start. Amébi Blade 3S 4.500 kV. Ne, 3.500. 3.500. Okay, ab geht's. Amébi Blade 3S 4.500 kV. Ne, 3.500. 3.500. Okay, ab geht's. Genau, bisschen hoch fahren. Das geht gut, der kleine Scheißler. Das geht gut, der kleine Scheißler. So. Hallo! Lass uns doch schnell die Messung machen. Bleib stehen. So, stopp, ja? So, wie hab ich gestanden? So, gell? 95! Gutes Ding. Gutes Ding. Ging auf der Höhe! So, 95. Das ist schön gemacht. Das ist aber eigentlich relativ unfair im Vergleich zu uns beiden, weil er hat eine sehr flache Kaffe. Ich starte jetzt mit dem hohen Auto, ja? Und nachher mit dem Koffer. Ja, auch dann wird's unfair. Warte mal kurz. Ja, Hasi. Ja, mach ich, gell? Ja, mach ich jetzt gleich. Ich nehm's sogar auf Video für dich. Ja, mach ich. 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 Ja, mach ich.